Hallo und herzlich willkommen, ich bin Roland Holzer und in diesem C-Sharp-Tutorial geht es um ganzzahlige Variablen, sogenannte Integers. Wenn wir ein Programm haben, eine Konsolenanwendung wie hier, dann kennen wir ja aus dem letzten Tutorial schon, dass wir String-Variablen anlegen können, die für Text da sind. Wenn wir jetzt aber Zahlen wollen, mit denen wir auch rechnen können, dann gibt es Kommazahlen und ganze Zahlen. In diesem Tutorial gucken wir uns Variablen für ganze Zahlen an und die haben den Typ Int für integrale Datentypen. Man kann entweder dieses Int nehmen oder das Int32, ich nehme das, weil es kürzer ist, und man muss der Variable noch einen Namen geben. Ich nenne die erste mal A. In einen Int können jetzt Zahlen rein, und zwar von minus 2,1 Milliarden bis ungefähr 2,1 Milliarden plus. Für die Leute, die das Binärsystem kennen, das wäre von minus 2 hoch 31 bis plus 2 hoch 31 minus 1. Also ein relativ großer Zahlenbereich, der meistens reicht. In eine Variable vom Typ Int kann man natürlich auch mit dem Gleichoperator eine Zahl reinlegen, wie zum Beispiel 10. Und die kann man auch auf der Konsole ausgeben lassen. Also jetzt haben wir eine Variable deklariert in der ersten Zeile mit Int A, haben hier einen Wert zugewiesen und lesen hier den Wert für die Ausgabe dann aus. Das gibt jetzt einfach 10 aus. Wenn ich jetzt noch eine zweite Variable anlege, kann ich das wieder genauso machen, mit Int B. Und ich lege noch eine Variable Int Summe an. Und man weiß wahrscheinlich schon, was ich jetzt machen will. Ich will Summe ist und dann A plus B machen. Geht ganz leicht, aber wir kriegen hier eine Fehlermeldung. Nämlich Verwendung der nicht zugewiesenen lokalen Variable B. Wir haben A an den Wert zugewiesen, deswegen ist hier kein Fehler, aber B hat noch gar keinen Wert. Und dann sagt C Sharp schon beim Kompilieren, ja wenn ich jetzt A plus B rechne, dann weiß ich ja gar nicht, welchen Wert ich für B einsetzen soll. Das müsste der Programmierer schon festlegen. Dann machen wir das. Wir geben B den Wert 7 und geben nicht A aus, sondern die Summe von beiden. Dann sehen wir 17. 10 plus 7 ist jetzt nicht überraschend. Wenn ich stattdessen Strings genommen hätte, wäre das Ergebnis natürlich ein anderes. Ich ändere das nur kurz mal ab und mache alles hier zu einem String. Dann sehen wir schon, 10 und 7 geht natürlich nicht, sondern ich müsste das als Text machen. Hätte jetzt aber ein lauffähiges Programm. Es kommt nur nicht 17 raus, sondern 107. Denn bei Strings bedeutet ein Plus, dass er die Inhalte der Strings hintereinander hängt. Also 1, 0, 7. Deswegen kommt hier 107 raus. Und wie gesagt, wenn ich rechnen will, brauche ich eben Ins. Hier war noch die Summe drin. Jetzt läuft es wieder. Wenn ich jetzt aber nicht will, dass die 10 und die 7 fest ist, dann könnte ich auch einfach Console Right Line 17 machen. Sondern, dass ich die eingeben kann. Dann kann man natürlich versuchen, hier Console Punkt Read Line zu verwenden, wie für Strings. Kriegt allerdings die Fehlermeldung, dass man den Typ String nicht implizit in den Int konvertieren kann. Und das stimmt auch. Denn Read Line liefert immer einen String zurück. Wir brauchen also noch eine zusätzliche Variable erstmal. Einen String. Eingabe. Und was wir jetzt machen ist, wir lesen einfach diesen String ein. Um A dann einen Wert zu geben, müssen wir die Eingabe konvertieren. Also das hier läuft nicht, dass ich es einfach zuweise, weil das eine ist ein Text und das andere ist eine Zahl. Und er sagt ja, er kann es nicht. Aber wir können das. Es gibt nämlich noch die Klasse Convert. Man schreibt einfach mal Groß Convert Punkt. Und dann gibt es so Sachen wie To. Und bei Int gibt es mehrere. Nämlich einen 16-bittigen, 32- oder 64-bittigen. Ein Short, ein Int und ein Long. Wir haben einen Int und deswegen nehmen wir ToInt32 und in die runden Klammern schreiben wir die Eingabe. Was jetzt passiert ist, das Read Line liest einen String in die Eingabe. Diesen Eingabe-String konvertieren wir in einen Int32 und weisen den zu. Wenn ich jetzt ausführe mein Programm, dann kann ich eine Zahl eintippen, wie zum Beispiel 12. Und es kommt 19 raus, weil B war ja immer noch 7. Also die eingegebenen 12 in A plus 7 gibt 19 und das wird dann ausgegeben. Wenn ich B auch noch eingeben will, also nicht fest vorgeben mit so einer Konstanten, dann kann ich Eingabe, also die String-Variable wiederverwenden, weil den Wert habe ich ja schon konvertiert und in A gespeichert. Also kann ich nochmal hinschreiben, Eingabe ist console.readline und B wäre dann convert.toInt32, großes T, großes I. Und jetzt kann ich tatsächlich zwei Zahlen eingeben, wie zum Beispiel 5 und 9 und kriege 14 raus. 5 wird das Text eingegeben, hier konvertiert und in A gespeichert, in Int-Variabeln. Der Street-Line hat die 9 eingelesen, wieder in Eingabe gespeichert und dann die 9 in Eingabe in den N32 konvertiert und in B gespeichert und dann wurde es zusammengerechnet. Int-Variabeln brauche ich immer, wenn ich ganze Zahlen habe, also Stückzahlen, Altersangaben, Jahreszahlen. Dann nehme ich Int-Variabeln, man kann hier in der Ausgabe Int-Variabeln und Strings natürlich zusammenbasteln, entweder mit mehreren Console-Writes oder mit Plus, also A und dann in Anführungszeichen ein Plus und dann den Inhalt der Variable B und in Anführungszeichen noch ein Gleich. Jetzt habe ich praktisch den String, der ein Plus ausgibt und ein Gleich zwischen die Variablenwerte gepackt und kriege dann die ganze Rechnung ausgegeben. Also sowas wie 78 und 1025, dann habe ich hier die ganze Rechnung stehen. A ist 78, B ist 1025 und das Ergebnis ist 1103. Wenn ich führende Nullen angebe, dann fliegen die bei Zahlen Eingaben einfach weg und ich habe 1 plus 2. Führende Nullen werden nicht wirklich gespeichert. Wir haben also gesehen, für ganze Zahlen nehmen wir den Datentyp Int für Variablen. Wir können die dann auch als Zahlen einfach angeben, wie A gleich 10. Und wenn wir es eingeben wollen, brauchen wir noch eine String-Variable und lesen mit Console-Readline einen Text ein, den wir konvertieren. Das Einzige, wo es hier Fehler gibt, ist, wenn der Benutzer keine Zahl eingibt. Also wenn der jetzt das Natal irgendein Wort eingibt, das kann natürlich nicht in eine Zahl umgewandelt werden und wir kriegen dann in der Umgebung so einen grünen Balken und da steht System Format Exception dran. Hier steht ja, der Eingabe-String hatte nicht das korrekte Format. Das kann er nicht umwandeln. Das ist eine Benutzereingabe, die einfach schiefgelaufen ist. Wir können jetzt hier einfach das Fenster zumachen. Macht er gar nicht. Hier auch zumachen. Und dann geht unser Fenster auch zu. Oder eben nochmal das eingeben. Wir können hier natürlich dann das Programm auch stoppen. Das ist kein Programmierfehler, das ist ein Eingabefehler. Wie man sowas abfängt, lernen wir dann später mal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Wir arbeiten mit ganzen Variablen, ganzzahligen Variablen und der Benutzer gibt die immer korrekt ein. Ich hoffe, das hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.